Ich glaube ich hätte noch ein Pfeil hinterhergejagt. Und zwar so hinten schön so am Ohr vorbei, dass es einmal geteilt ist. Hätte fehlten Namen. Wirst du es schaffen? Du ziehst ohne mich weiter, nicht wahr? Dann bleibt mir wohl nur errennt. Vorerst. Los komm. Ich bring dich zur Festung. Nein. Ich habe dich. Ah, nein. Ich habe dich. Ah, nein. Jetzt haben sie es offen gelassen, das Tor? Mhm. Lasst uns plöndern, Jungs. Ja, mein Schild. Das hält wohl nicht viel aus. Aber ich sollte damit gleiten können. Ja. 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 Verschaffen. Ja. 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 all das da draußen das ist niemals land es sollte neutrales gebiet sein diese regala ignoriert das wohl ihre leute kamen aus dem norden sie ritten auf maschinen nicht nehme an dass sie dort oben ein lager haben die rebellen retten dornrücken und im schrecken gab es dornrücken einst du die rebellen ließen sie in den schrecken wie sollte das funktionieren ich weiß nicht aber es ist eine spur es gingen auch einige kaja und oseram durch die tore bevor sie wegen der gesandtschaft geschlossen wurden könnte es nach ihnen schauen ob es ihnen gut geht ich halte die augen offen gibt es hier irgendwo einen langhals einen langhals es gibt da ein der utaro grenze aber warum das ist schwer zu erklären damit gewinne ich einen überblick wenn du meinst kann ich dir sonst noch etwas helfen bevor du aufbrichst verschaffen an der regala rivalen hätte nackt häuptling hätte sie töten sollen ja das hätte er wohl sie ist eine große gefahr ihr angriff war koordiniert und präzise bist du ins spiel gekommen bist sie kannten sich hier gut aus sie wussten das verschafft bei der gesandtschaft ausgehändigt werden sollte wenn die nicht mit ihr rechneten hat sie ihre armee monatelang geheim aufgestellt sie müssen hier ein lager haben dort hatten sie sich versteckt bis die zeit reif gewesen war ok wegen verschaf er wurde von den tenakt gefangen genommen überlebte jahre im westen und starb kurz vor dem sonnenreich so sollten gute männer nicht sterben er hatte noch so viel vor er wollte für frieden zwischen den karja und den tenakt eintreten das wird jetzt nichts mehr was passiert jetzt mit ihm seine leiche wird nach meridian überführt als vetter des sonnenkönigs gebührt ihm ein offizielles ehrenhaftes begräbnis das wünscht sich jeder soldat das mit nozaren wurde dies das tut mir sehr leid zumindest starb nur sah im kampf der sonnenpriester also so ein tod hat niemand verdient ich sorge für eine angemessene bestattung das ist das mindeste meinst du die karja werden etwas gegen regala tun ihr habt mit den tenakt ja etwas gemeinsam eine expedition der karja armee in den westen könnte als beginn einer invasion gesehen werden das wird erwart nicht riskieren aber wir müssen auch dafür sorgen dass wir nie mehr derart überrascht werden das wäre nicht schlecht ähm du sagtest die tenakt wohnen weit im westen was wird mich auf dem weg dorthin erwarten also wie gesagt es gibt da ein stück wildnis das ist niemals land und dann die utaru farmlande und dahinter kommen die tenakt ihr gebiet ist auf drei clans aufgeteilt wüste tiefland und himmel ja ich sah ihre banner bei der gesandtschaft am nächsten wohnt der wüsten clan fieses volk was für alle anderen unbewohnbares ödland ist ist für sie eine herausforderung irgendwo jenseits der wüste sind die hauptstadt des stamms und die gebiete der anderen beiden clans klingt nicht sehr genau ich kenne nur geschichten in den roten raubzügen wollte die karja armee in tenakt gebiet eindringen aber die vereinten clans stellten sich ihnen zwangen sie bis in den schrecken zurück also wissen nur die tenakt was jenseits der wüste wartet vielleicht noch die gelehrten in meridian irgendwas muss ja in den schriftrollen stehen oder du hast die utaru erwähnt ihr land liegt zwischen hier und den tenakt im westen das stimmt sie wohnen in reinklang ein friedlicher haufen verglichen mit den tenakt sie sind mehr bauern als kämpfer wie kann ein volk von bauern im verbotenen westen überleben das soll nicht heißen dass sie sich nicht wehren könnten als die karja damals zurückgedrängt wurden jagten ihre krieger uns durch rein klangs brennende felder der sonnenkönig machte ihnen diverse friedensangebote sie lehnten ab warum ich dachte sie sind so friedlich weiß nicht sie haben wohl ihre eigenen probleme es mangelt ihnen an nahrung allerdings versuchen sie nicht handel zu treiben nein sie wollen nur ihre ruhe hat ja super geklappt das gebiet ist niemals land so ist es früher griffen die tenakt abfahllicht jeden sofort an aber erwart stürzte den irren sonnenkönig und versuchte sich mit den anderen stämmen zu versöhnen die tenakt akzeptierten für den frieden eine neutrale grenzzone seitdem stoßen kaja und oseram immer wieder dorthin vor aber nun sind dort wohl regaler und ihre rebellenarmee also niemals land würde ich ohnehin niemals sicher nennen die alten ruinen im südwesten können das bezeugen reiste eines vergessenen krieges du meintest es wären noch andere durch die tore gegangen wer denn also nicht nur die plünderer die gerade durchgegangen sind auch andere gruppen von oseram stöberern zwei kaja gelehrte sind mit einem oseram trupp nach südwesten weiß nicht ob das besonders tapfer ist oder einfach nur dumm ok ich sollte dann aufbrechen ich wünsche dir glück die tore stehen dir immer offen falls du zurückkehren willst jetzt plündern wir erstmal die maschinen und das mit deinen freunden die verarzten wir ich danke dafür ausrüstung mit der ich kristalline pilzwucherungen zerstören kann okay der schildflügel ist ein auf energie basierender gleiter der aus maschinentechnologie umfunktioniert wurde halte in der luft vierecke drückt um ihn einzusetzen und zu gleiten tippe kreis an um nicht mehr zu gleiten alles klar also wenn ich jetzt hier noch irgendwas nennen eine ganz neue welt zu entdecken die koordinaten des turms sollten zu silence und hades führen und vielleicht zu einem gaia backup es wird nicht einfach da draußen die plage die stürmer regalas maschinenreiter aber ich muss das schaffen ich muss die welt retten wie es elisabeth getan hätte äh ob elisabeth was noch mal den schildkügel ausprobieren warum klettern wenn ich gleiten kann äh gemacht hätte besucht hätte die anfühlerin des hinterhalts egal befehle ich dir eine menge maschinen es gibt sonst nur ein menschen der über dieses wissen verfügt silence aber was hat er vor warum hilft er den nackt rebellen warum hilft er den nackt rebellen ja bleib doch mal ganz ruhig ich kann nicht immer brauchst du nicht so aufgeregt zu sein alles gut wenn wir nur deine teile haben wir müssen noch eine kiste mein rucksack ist voll ich pack's in den vorrat bären sind auch alle voll ok und wir haben da hinten gleich ein lagerfeuer richtig jawohl ich gehe nach reina zurück ich gehe zu reina zurück ups cool so ich hole mir erstmal das lagerfeuer lagerfeuer und dann gehen wir kurz nochmal zu reina zurück warte erst die gisse zack schnell speichern ja los wie so ja genau ja weiß Es ist auf jeden Fall eine ziemlich krasse Umgebung. Ich würde mal interessieren, welcher Teil der Erde das sein soll. So, wo muss ich denn jetzt hier hin? Ach da, Raynor ist hier. Wir geben mir der nämlich noch die Linsen. Ja, natürlich. Ich hätte es nicht besser machen können. Hier, für deine Mühe. Lass mich wissen, wenn du mehr davon findest. Was habe ich jetzt gekriegt? Grünglanzsplitter, Bronzebarren, okay. Warte mal, ist das nicht eine Werkbahn? Nein, das ist ein Tisch. Bliechen spielen will ich nicht. Tja, ich habe ihm nicht das gemacht. Das heißt, jetzt geht es ab in den Wilden Westen. Äh, verbotenen Westen. Entschuldigung. Die Frage ist nur, wohin erstmal. Okay, lass mal gucken. Okay, Rufs Bauteil KG. Oh, das ist schon weit unten. Tor des Todes. Reise zu den Koordinaten, die du auf dem Turm erhalten hast. Nein. Mein erster Abstecher geht daher. Das heißt aber, dass man von hier aus dann hier rüber käme, richtig? Sieht zumindest danach aus, würde ich behaupten. Ja, jetzt leid. Okay. Der Poß. Wie lange kann ich zumindest schon mal sehen. Rotfuchs. Oh nein, hab ich den? Ne, der ist glaube ich da gestorben. Irgendwie so komische Zeug. Oh nein, das Zeug nachnimmt. Brüller, was sind das für Viecher? Ich will nur fix den langen Hals. Da steht noch ein alter Panzer. Das ist erstmal wichtig. Da ist er auch schon. Krass, ey. Überall wachs. Und Panzern. Truppentransporter. Satellitenschüssel. Crazy. Nicht so schnell. Will noch mit. Sieht aus wie eine Satellitenschüssel. Wenn ich da raufflättern kann, wüsste ich den langen Hals leicht erreichen können. Machen wir das nochmal. Eine Herde Plünderer ist immer gut, um Eide zu erbeuten. Da hoch. Da hoch. Ah. Ach komm schon. Ja. Fick dich doch. Mann ey. Ah. Okay. Die muss man aufschießen, dass die Leiter runter kommen. Dann komme ich da hoch. Und dann nerven mich diese blöden Maschinen nicht mehr. Ah weh, du spuckst mich jetzt wieder bei diesem blöden Lagerfeuer aus. Nein ernsthaft. Okay. Ich bin in der Nähe von diesem Lagerfeuer. Mal kurz Schnellspeicherung. Alter was ist das denn? Das ist wie ein Raumschiff. Motiv, was ist das denn? Ja. Ich bin in der Nähe von diesem Lager. Aber ich muss weiter... ...mal oben sein. Was? Verstecken. Was? Oh. 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 Das war jetzt ne Schwerige Goh, das zu treffen. Jetzt ist es aber mal gut hier. Alter, was ist denn das? Untertitelung des ZDF, 2020 Arsch! Was denn? Alter, wo kommen denn die Intrex-Filien dazu her? Der Drexvogel geht mir auf die Eier. Scheiße, sind das viele? Ich hab keine Heilung mehr. Ah! Ich muss da ein bisschen... Sneaky mäßig reingehen. Ich hab keine Heilung mehr. Ich bin nicht der Grundll. Ich bin nicht der Grundll. Aber jetzt werden wir diese ge тобой eine Aus rivers geflüssig. Hier sind wir auch noch ein bisschen so gut. Das war's auch. Süßes sind sie. Wir lassen es nicht für viele Teile. Ich bin der Glück. Das nehm ich mit. Okay, gegen was sind die Teile eigentlich anfällig? Gegen Blitz. Das ist absolut scheiße. Das ist absolut scheiße. Ja, fuck. Uff, da, da, da. Gut. So, als nächstes muss ich glaube ich mal diesen Drecksvogel von da oben runterholen. Oh, an den Beinen komme ich bestimmt nicht hoch. Ich muss es anders versuchen. Was ist diese Scheiß-Vogel? Die Maschine ist widerstandsfähig. Was ist das? Schatz-Vogel. Schatz-Vogel. Ja. Verstands-Vogel, hier. So, hab ich jetzt hier mal meine Ruhe, ja? Werbung, dann bestätigen wir mal. Ausstellungen, das große, West Array, bla bla, besonderer Aktion. So, Attraktionen, November, Sonderaktionen. Okay, das interessiert, glaub ich, eher weniger. Hey, warum kann ich das nicht? Ich... Sachen für den Vorrat. Vielleicht kann ich mit der Technik sein. Ich seh keinen Vogel. Das ist ein Vogel. Das ist ein Vogel. Ich muss das gleicher Boden. Ich sollte das nicht見witzen. Ich laufe Kunt mal. Ich lege das von Schrocken. Und dann kommt der Hauptur. Ich lege das von Schrocken. Ich lege das von Schrocken. Das war eine Hölle der Hauptur. Das war so große Halt. Das war's für heute. Wow! Was? One-Hit-Wonder oder was ist das für ein Scheißteil? Der war so knapp vorm Verrecken, ich hätte nur noch einmal treffen müssen. Und ich lande wieder beim... Ich hoffe, ich sind die ganzen anderen Scheißmaschinen nicht wieder da. Ja, ich muss den Scheißvogel an Nina machen. Das war's für heute. 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 Erst muss ich den Krackvogel einfach mal scannen. Ausfinden, was der für eine Schwachstelle ist. Das war's für heute. 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 Die krieg dich,count. Macht'm. Musik Was ist das? Was ist das? Puh, wiedergemacht. Der Vogel ist weg. Ach so, das ist der, okay, das ist tatsächlich der Langhals. Wohooo! Das wird mir erstmal nicht aussehen. Da kommt man irgendwie ins Spitzen. Das ist ein Strom-Denerator. Da kann ich aus dem Vorrat gehen, wenn ich es brauche. Da stand in der Werbung irgendwas drin? Möchten Sie? Da bringen Sie unser Besucher-Informationszentrum an, um Daten und Uhrzeit für dieses Event zu halten. Ich kann nichts mit diesem Teil anfangen. Ich kann nicht aussehen. Na gut. Jetzt wo dieser blöde Vogel weg ist. Eine Konsole. Und durch die Gitterstäbe, äh, durch die, äh, Leiterstäbe. So, was steht hier drin, äh, Textprotokoll, Level Minimal. Tja, das war Mist. Roger hat sich gerade tierisch aufgeregt, weil er meine kleine Ergänzung im Protokoll der Schlüssel entdeckt hat. Äh, Schüssel entdeckt hat. Wenn, äh, wen interessiert's, was er denkt. Die Touristen fanden es toll. Jede Schüssel richtet sich aus, richtet sich aus, eine nach der anderen, und spielt den ihr zugewiesenen Ton über die Alarm-Lautsprecher ab. In perfektem Tempo. Musik ist letztendlich Mathematikwissenschaftler, die die Erhabenheit der Tonleiter nicht zu schätzen wissen, sollte man es meiner Meinung nach den Doktortitel entziehen. Wie auch immer. Beginnen wir am Anfang. Ein sehr guter Ausgangspunkt. Ich werde nach, äh, äh, nach Do und Re sehen. Ja. Sie waren in letzter Zeit etwas schwerfällig. Vielleicht muss ich wieder ihre Ausrichtungspotoren säubern. Wenn ich herausfinde, wie ich die Energie wieder anschalten kann, kann ich das Ding vielleicht bewegen und einen Weg hinauffinden. Äh, hier nicht. Also, ich muss das Ding vielleicht auch setzen wollen. Ich werde auch durchsetzen. Hä? Hä? Ja. Nein, da ist nicht so ein doofer Vogel. Der bettelt sich gerade mit was anderem. Hm. Die Zelle bringt ihn sicher zum Laufen. Jawoll, rein damit. Der Strom ist wieder da. Ich sollte mich die Konsole von vorhin nochmal ansehen. Mal sehen, was dieses Ding macht. Sich drehen? Ja. Und das war auch der Humboldt, wie der Lecker kommt. Die Maschine reicht. Ich bin noch nicht bereit genug, um den langen Hals zu erreichen. Wenn ich die Schüssel frei bekomme... Das wird echt funktioniert. Das wird echt funktioniert. Ei, 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 ei. Okay. Hm. Hm. Vermutlich hier drüben, hm? Ja. Ah. Schafft. Geh, warte mal. War schon richtig. Warte mal. Und hier kommen wir auch nach oben. Na also. Das ist der Brücke. Oh. 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 Genau. Das war gering. Ich glaube, das war gering. Er ist ein Langhals überbrückt, jawoll. So wichtig weiß man auch nicht, was das für ein Teil hier ist, oder? Gut, abseilen werde ich mich nicht. Uh, ist das viel Zeug. Ach, du Scheiße. Okay. Ähm. Ja. Einmal Schnellreise und zurück, bitte. Das erfordert nur sehr, sehr, sehr viel Arbeit. Da ist richtig was zu erkunden. Die Funktion von so einem Langhals ist aber auch sehr interessant. Der läuft die ganze Zeit nur um diese blöde Schüssel rum. Was der mit dem Terraforming zu tun hat, verstehe ich nicht so richtig. Außer vielleicht als Kommunikationssystem für die Maschinen selber. Für alle, die nicht so hoch sind. Man weiß es nicht. So, wie ihr wisst, manuelles Speichern heißt. Bis zur nächsten Folge. Wir sehen uns. Okay. Okay. Bad compute meld爷 ikke. Bye Bye. pin. dos. Bye.